So, weiter geht's. Ich denke, das Tutorial habe ich durch. Hoffe ich jedenfalls. Am Anfang... Und... Da gibt bestimmt noch einiges zu lernen. Ach, ich bin direkt schon da. Jubel doch. So, Elinor's Foto. Ja, ja, ja. Ja, hab ich Ruhe. Ich wollte schon mal sehen. Okay. Ich finde es ja faszinierend, dass da... Ja, die Technik... Ja, jetzt hat er einen kleinen Vorlauber hat, aber jetzt steht hier noch so ein Teil rum. Ba, 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 was war das? Ja. Ja. Ja, die Technik... Ja. Ja, wie soll ich denn? Ach so, und jetzt? Ach so, muss ich mich jetzt so instellen? Okay. Mehr. Naja. Komm, machen wir mal viel anfangen. Bin ich bedrückt? Naja, noch, noch. Noch bin ich guter Dinge, ja. Schleifrig. Ach du Scheiße. Noch mehr? Ne, ach so. Ne, ich bin noch ein guter Dinge jetzt am Anfang. Aber leicht. Ne, doch. Komplett. Komplett. Ja. Kein Pokémon? Was geht? Ach so. Ach, das war's. Ich dachte jetzt... Das... Ja. Ein Pokémon kann ich auch nicht hinwerfen. Ey, ich dachte ich hab hier so ein Bild wie hier draußen. Hier, da, so. Mit Pokémon. Jetzt bin ich echt. So, ich soll... Raus. In die weite Welt. Da kann ich jetzt nochmal ganz kurz... Ah, kann ich irgendwo meine Aufgaben sehen? Meine Quests. Missionsliste. Durchstart mit Pokédex Aufgaben. Ach, ja. Nee, noch nicht ganz durch, also. Jetzt muss ich mir erklären lassen, wie die Aufgaben funktionieren. Ja. Nehmen ist ja auch die wichtigsten... Den vollständigen Sonderville Wompel haben. Und da stehen auch schon die Belohnungen. Ja. Na dann. Also ich meine, klar ist... Gut zu wissen, aber so ein bisschen Überraschungseffekt. Hätte ich schon geil gefunden. So. Vorhin hatte ich gesagt, ich muss jetzt überall durch, weil wegen... Wenn hier jemand im Haus ist, der eine Aufgabe wäre. Mann ey. Dann würde ich das ja vermutlich draußen nicht sehen. Oh, Yoko ey. Hast du Angst vor Pokémon? So, das ist... Oh, hi. Taki. Doch, ich guck trotzdem erstmal alles durch. Also das möchte ich jetzt doch wissen, ob hier irgendwo... Die Möglichkeit besteht, Quests zu sammeln... von jemandem, der im Gebäude ist. Kein Ja, werde ich gut. Wie komm's denn so betrübbeld die ganze Zeit. Ey, du bist in deinem eigenen Haus. Wieso stehst du denn hier so dämlich? Eins, zwei, drei, ne? Es ist so schön, die Welt. So wie das alte Japan so ein bisschen. Das ist ja jetzt schon wieder Kamera so, ne? Ich fühle schon wieder ein bisschen übertrieben. Naja, ich meine der Pokédex ist auch ein Bruch. Finde ich auch gut, passt ja auch zu der Zeit. Oh, die Kamera. Echt. Ja, lass mir mal die aus, Junge. Oh, soll ich da hingehen? Stößte? Shima. So, ich will es jetzt nicht mehr übertrieben. Das ist ja... Fuchi. Auch die Höhenregion gibt es auch schon. Also Kanto gibt es, Höhen gibt es. Und das ist ja jetzt die Isui-Region, die später zur... Irgendeine andere Richtung will. Hier, guck mal, da, da. Hier ist langweilig passiert, was ist das für ein? So. So. Ähm. Ich glaub schon, wir fallen rein, also. Controller spielt doch verrückt. Scheiße. Ey, irgendwo würde ich mir einen Pro-Controller jetzt nicht so dämmer aus meinen Joy-Cons. So. Ne. Da hin. So. Ähm. Ne, warte, warte. Ach, ah. Okay. Starrer-Di-D. Ohne entdeckt zu werden. Okay. Exemplare besiegen. Okay. Registrierte Formen. Hä? Registrierte Formen. So. Ähm. Jetzt nochmal kurz, weil da steht halt, nicht berichtete Aufgaben. Nicht berichtete Aufgaben. Muss ich jetzt? Habe ich das jetzt richtig? Gecheckt, dass ich? Das ist ja alles grau. Ah. Mal angefangen. Herr Stattelprofessor lauf und bricht darüber. So. Genau. Richtig. Vertauerst du? Schwupp die Wupp, ey. Wehra. Oh. Mit dir hab ich gespuckt. Oh. Komm schon. Iago. Iago. Mach die. So. Jetzt einmal zu laden. Und da die Pokémon-Brichte abgeben. Oh. Boah. Ich will mal springen. Oh. Warte mal, wenn ich jetzt auch eine Klamotten haben konnte. Klamot Frisur. Yes. Frisieren. 500. Also ich hab jetzt schon 500 bezahlt. Teilweise auch meine Frisur noch gar nicht. Scheiße. Ja. Pass auf meine Sachen auf. Ich hätte gerne längere. Ich hätte gerne extensions. Tatsache. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ… Na. Das passt aber, ja, ja. Geflochten. Oh, das ist aber schon. Oh, ja! Kostanien, Schiefer. Oh, das ist ein Mensch. Wer ist denn? Ja, naja dann... Geil, scheiße, 500 Euro, 500 Euro, ähm, ja, Pogel, Dollar, oder was auch immer das für eine Währung ist. Naja, schau es mal auf die Kopf wieder. Danke, du bist ja nett. Jetzt haben sich die 500 doch noch gewohnt. Ja, ich nicht. So, das ist viel wichtiger, glaube ich, Klamotten. Oh, ich krieg die einfach so. Pikachu und Evoli. Ja, Pikachu, weiß ich jetzt nicht warum, aber Evoli soll, glaube ich, sein, weil ich... Soll ich machen, ach, ich bin der nicht. Weil ich Pokemon Let's Go Evoli hab, ne? Das hatt ich mir extra geholt für Pokemon Tauschen, Pokemon Go, dass ich Melmetal krieg. Oh, was das ist, die Maske. Pfff, sieht so ein bisschen betröppelt aus, ne? Ich bin jetzt, ich bin nur die Hose, nicht das Ganze. Irgendwie. Ich beilte die Maske auf. Oh, ich beilte sie auf. Ich finde das so schlimm gerade, aber trotzdem. So, jetzt aber wirklich. Ne, ach, ich war doch zu lerber. Lava, 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 heißt der Lava? Gava? Zum Professor. So. Lava. Ah, Pokélex. Warten. Stattet Professor Lava im Bericht. Oder nur, wenn das Komplett ist. Scheint wohl so. Ja dann. Können wir auch wieder gehen. So, ich glaube, als höflichste wäre jetzt erstmal, einen Wampel zu besuchen. Warte mal, was machen wir? Oh, das ist ja alles da, Minus. Y. Ach, wo ich gerade die Dinger sehe. Wegweiser. Hä? Ich dachte, der sagt mir jetzt den Weg zu Wampel. Minus. So, ich muss gleich nochmal, nochmal auf die andere Seite des Dorfes sehen. Was ist das denn? Ne, will ich nicht. Ähm. Und zwar habe ich ja, hier in Auftrag gegeben. Ja. Dass die ein bisschen. Sehen so. Oh, da ist ja schon was. Hat mich auch 500 gekostet. War nicht ganz so schlimm wie mein. Arsch mit. Oh Mann. Das wäre dann wohl so, oder? Achso. Und du so? Immer noch. Okay. Immer so schon. So, abnehmen. Ein großes Bammeling. Was? Achso. Richtig. Das glaube ich, das wird interessiert. Ja. Kriegen wir hin. Ja. Nebenquests. Ach, das war... Wieso steht da jetzt zwei drüber? Moment. Ist das denn da hinten auch ein Quest gewesen? Das ist ja der Wegweiser. So, jetzt muss ich ihm sagen wo ich hin will. Ich kann nur hier hin. So heißt mein Ziel. So. Jetzt. Geht das Tutu weiter. Achja, mit den Aufgaben. Genau, richtig. Mach doch mal hin, ey. Ich höre. Okay. Super. Ja, hab ich schon mal gesehen. Aha. Okay. Oh, Forschungspunkte. Oh, guck nicht immer so geschissen. Nein. Wie bitte? Ausbrechen? Weil das ist nicht das Gleichbeleute? Oh. So. So. Jumpen. Ja, jetzt freust du dich wieder, ne? So. Mann ey. Wir hoffen. So. Wie bitte. Ich draufgehe das dann? So. Folge Lummi haben Ratschläge zu halten. Oh nein. Scheiße. Ah, lol. Oh. Ich drück die ganze Zeit nur noch viel auf jeden. Blubbel, blubbel, blubbel. Da war ich schon irgendwo. So. Ich kann nicht relevante Aufnahmen, also auch in Wort und Schrift. Was? Am Arsch denkt es sich. Okay. Okay. Ach so. Und jetzt bin ich... Ne. Ist ja auch voll verkackt. Okay. Ah, ich hab ne Runde gerdurchtschauen. Okay. Schwere Exemplare fangen. Ach. Ach, guck mal. Ach so. Wenn ich drei fange, dann gibts das. So. Oh. Besiegte. Schwere Exemplare. Ja, dann. Ja. Ach ja, mit dem Pfeil. Ähm, Petitza. Ah, hier. Ja, 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 ja. Ein schönes Blattfeld. Ist dein Ernst? Super verpisst. Ich bin entsetzt. Aber. He. Ach, Z. Ah, okay. Ne, doch. Da, da. Bautzen. So. Einsatz von Blattwerk gesehen. Zwei. Okay. Einsatz von Ruhe. Ach so. Das ist das. Die ganzen Dinge. Okay. Tempotechnik gesehen. Okay. Also Blattwerk. Und dann. Ja, ja. Schon wieder. Okay. Und dann eins. Ist doch dämlich, oder? Verfehlt das halt. So, war da gerade wieder die Freude zu sein? Was ist das? Puh. Alle kriegen Erfahrungspunkte? Du bist schon wieder. So, dann kann ich nicht hier durch die freie Welt laufen. Ja. Oh, lol. Kann ich so. Radazong, Radazong, ey. Danke. Oh, scheinungs. Okay, okay. Jetzt geht's rund, ey. Radazong, ey. Auf jeden Fall. Ui. Zu flieb. Alter. Was hab ich mir dabei gedacht? Das ist ja auch flieg, ne? Scheiß drauf. Eternis. Ja, Feuerwehr. Amran. Was? Amran ne Beere? Okay, okay. Was ist das denn? Oh, toll. Sonst kann ich alles untersuchen. Das ist nicht wieder was. Los, mach's. Glanzstein. Oh. Oh, ich kann ja... Doch. Mehr unterwegs als ich dachte jetzt so ein bisschen. Oh. Noch mehr Scheinuchse. Oh. Oh. Jetzt hab ich mich gesehen. Oh. Ähm. Tasche. Tasche. Treiben. Einsetzen. Aus. Was? Oder was machen die anderen denn? 20 Euro. Okay. Er regt das seine Aufmerksamkeit. Okay. Das probieren wir doch gar nicht aus. Nein, nein, nein. Oh Gott. Naja, was soll's. Ähm, 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 ähm. Ne, 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 ne. Oh. Achja, genau. So, jetzt hab ich. Habt euch das gefallen hat? Mehr als sechs. Und jetzt? Ist das jetzt automatisch verschifft? Oder wie geht oder so? Neue Attacke. So, gutes Auge. Oh, oh, oh. Hörter! Ach, mo, oh. Hä, und da jetzt? Hörter! Hörter! Was sagst du denn? Mua? Kannst du denn, du Tretelwalzer? Ich habe den Röntgen. Klasse Level up So Ich muss noch mal kurz machen Öffnen Bauts Blattwerkuhr Was haben wir hier? Was haben wir bei Petitza? Oh was haben wir bei Starre Lily? Fangen ohne entdeckt zu werden Ne da ist doch eine 1 Wofür ist denn der Pfeil da? Im Prinzip muss ich doch Registrierte Form Also es gibt noch Reform von Starre Lily Wahrscheinlich in der Nacht oder so Auf jeden Fall muss ich 1 besiegen Und 1 entwickeln Oder lassen Oder Warte mal Los Ganz steil Hufeisenwiesen Auch da Oh Was war das? Oh Starre Lily Was war das? Was war das? Was war das? Oh Oh Doppelwassen Oh Was ist da hinten drin? Das ist ein Wumpel Na es ist Gebst Oh was Oh Oh Aprikoko Wumpeln So Wumpeln Ist das Na 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 Flupp Klasse Wumpel Wurde gefangen Level up Warum gibt's denn für alle Level 1 2 Für alle Level up Leichte Exemplare, okay. Oh, ich hab ein Pokémon gebrochen, nicht nur bei... Ja, den reizigen Klack. Oh, da haben wir noch ein Baum gesehen. Gut schon mal. Dankeschön. Ja, ja, ich weiß auch. Galaktik-Nublet. Ach ja, ich kann ja... Oh. Tornita... Tornita... Rille 3... Jetzt geht das so ein bisschen... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Und jetzt? Nächstes? Oder... Scheiße. Ach so, ja, dann können wir auch mal... Oh, Mann. Ich darf schon jetzt nur noch ein Modo... Ich hab fakt jetzt auch gesagt. Oh, boah. So, jetzt aber... Oh, okay. Yeah. Klasse. Pornita übergefangen. Bitte, Lusa. Level Up! Cool. So, was ist das denn? Beliza, okay. Ja, ich hab doch irgendwo... Da. Er ist halt schon Level 9, ne? So. Danke. Danke. Weg die Zimmer, deine. Was war das, ein Aprikot-Cocke? 18. Ehhh. Night 2. P Democrats. Stereoeding.. Gefangen, ohne entdeckt zu werden... Ja, das geschweißt... Wumpel! Max Ordauer Siegt 1, ohne entdeckt zu werden. Einsatz vom Giftstereo gesehen! Was ist da? In Wumpel! Bumpel, Bumpel. Hat es mir jetzt entdeckt? Ich versuch's nochmal. Auch ohne entdeck zu werden? Nee, hat's doch. So, ich will jetzt erstmal... Gehst du schnell? Oh, Fettler. Deh, 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 deh. Erstmal aussuchen. Nur kurz. Aume hinlegen. Kurze. Und sind wieder Putzmutter. Sehr schön. So. Attacken verwalten. Oh, freilassen. Wo steht das Level? Da oben. 4, 4, 4. Walser, Tackle, Walser, Tackle. Warte. 5, 5, 7. So. Was ist das alles? Was ist das alles? Da giftet... Ach ja. So. Ähm. Ausruhen. So. Wann, 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 wann wird's... Da, die Sonne geht's schon unter, ne? Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Ticken mich ausruhe... Ich hab keinen Trakosso. Mein Trakosso. Mein Trakosso ist in meiner Hütte und heult. Weil die Modi tot ist. Ne? Das ist das einzige, was das Trakosso macht. Sigi, was geht? Hast du endlich mal wieder Zeit zum Zugucken? Warum? Keine Ahnung. Bock drauf. Ja. Bock drauf. Wie geflohen. Das ist noch nicht scheiße. Oh. Weiß nicht. Das ist jetzt irgendwie war Release. Und ich dachte mir so... Mal gucken. Boah. Ich hab ja schon ewig kalten Können Pokémon-Spiel drin gespielt. Was mit Glück zwei Wochen. Bis ich... zum Spielen, im Video oder was. Aber zum gucken. Wow. Oh. Fitlauf. Was bringt denn das? Was bringt das überhaupt? Da guck mal kurz. Ach. Für Medizin. So. Was willst du jetzt? Ach du Scheiße. Ja. Das ist ja... echt krass. Oh. Nicht mal Corona hat Bock auf das. Ja. Dann musst du halt mehr Astra. Ne. Dann kommt Corona schon rein. Ja. Ja. Das ist ja krass. Und jetzt alle zwei Wochen. Ja. Urlaub. Ja. Sind sie krank? Wirklich? Haha. Das ist echt der Hammer. Ja. Das ist doch noch was da. Wie geflohen. Hallo. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ja. Warum fliehen denn die Viecher ständig? Ja. Aber gut. Aber dein Test ist ja auch noch nicht da. Oder wie war das jetzt? Von daher. Ja. Vielleicht hast du ja doch Glück freu kriegen zu können. Ja. Und wenn es dir gut geht, das ist ja alles in Ordnung. Earlas ist ja alles in Ordnung. Oh. Was ist das? Quasi, ne? Oh Schatzi. Du musst doch gar nichts mit Wann. Da wirst du nicht Taken. Was bist du? Ein kleines Spritzgepäck. Oh, siehst du. Eine Karte. Oh, das wäre jetzt nicht. Mit meine kleine Spritzgepäck? Ist Felix nicht da, Wende? So, Wumpel wollte ich jetzt Giftstachel Und Exemplare, die sich entwickelt haben Also Wumpel ein bisschen leveln Entwickelt sich das? Ja, ich mach das jetzt Wann Level 4 hat das erst? Scheiße Ist doch gar nix Aber ich will ja auch Nein Da sind wir äußerst zufrieden Da gab es auch schon Geschenke Geschenke, Geschenke Als Belohnung Doch, da sind wir zufrieden Sehr zufrieden Äußerst zufrieden So Wumme Starrilisampel So, registrierte Form Immer noch eins So, Starrilisampel Nee, nicht mal Bis auf eine 3 Alles 2 Ein ganz gemein zu sein Doch, das ist schon Alles wunderbar Sterbe ich, wenn ich wundervoll Ich hab ihn nicht Ich hab ihn eigentlich Nee, oder? Oder? Sternenstab Tja, Junge Dann wärst du vielleicht mal besser aufpassen müssen in der in der Unternehm Fingst du? Außerdem ist er trotzdem zuerst gebraht Ja? Wir wollen den nächsten, dass du ihn verkackt hast. Das ist ja krass, dass alle leveln. Wie so ein EP Teil habe ich früher. So, wie war das jetzt? Hup-Hup-Hup-Hup und dann kann ich nochmal oder? Nö, könnte ich auch nicht so tun. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind trotzdem losgebracht, nicht wahr? Attacke gemeistert. Neue Attacke. Attacke verwalten. Ach, Euras. Wollen wir was? Moment, was ist das jetzt? Ja, da sind alle Attacke. Wieso kann ich ja hier Attacke nehmen und hier wechseln? Ja, ich möchte auch für ein Pokémon stellen. Ja, das sind echte Pokémon. Ach so, das sind echt Pokémon. Ja, das sind echt Pokémon. Was soll ich das denn sonst sein? Wollte ja so komisch aussehen, aber was meinst du? Ja, das ist eigentlich so. Wollte eigentlich, weiß ich doch. Du bist auch oldschool, also so richtig oldschool, deswegen viel gereicht. So, ich muss jetzt erstmal einen Baumpel fangen ohne entdeckt zu werden. Das ist jetzt erstmal der Plan. Außer dem Baumpel, Baumpel kannst du auch nicht. So, hab ich jetzt. Da, ohne entdeckt zu werden, sehr schön. Da, Baumpel. So, Einsatz von Giftstachel, genau. Und dann noch ein Wickel. Ach ja, ein Wickel. Hm, hm. Jetzt mit Stachelalie weiter. Oh Mann, ich will immer springen und dann ducke ich mich hier. Das ist echt schlimm. Ist das fucking relaxed da hinten? Ja. Ja. Das ist Acro. Das ist nicht so Acro. Oh. Oh, oh, oh. Was, 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 was. Oh Gott, was. Ja, genau. Ja. 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 Der wird 45. Baups. Ne, 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 ne. Flucht. 45. Guck mal. Guck mal, aber relaxen kanntest du doch, oder? Nein. Boah. Ne, ey. Das sind noch erste Generationen. Verfällt das mich? 45, ey. Pustekuchen. Ach, Bautzi, ey. Was kann ich jetzt machen hier? Mach das sich schwerfälliger. Aha. Ja. Freunde, Reisenden. Aha. Aha. Reisenbrocken. Aha. 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 Okay. Okay. Was mit Bautzi? Nein. Nein. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Er ist auch die erste Generation richtig. Oh oh. Mach mal sch- Mach mal ein Schengels. Los. Wackel über den Gaumen. Anrennerbäre. So, Giftstern würde ich sehen. Seilwasser. Giftstapel. Vergiftet. Ist das abgehauen? Mein Einsatz von Giftstapel gesehen. Das ist da schon mal was für. So, ähm. Ich bin so ein bisschen mehr. Ich bin von einer riesigen Welt hier gerade fasziniert. Holz. Holzi, holzi, holz. Oh, jo, moin. Holz. Ähm. Starte die. Jetzt komme ich wieder zurück zum Korn. Weil ich meinen Bautz wieder belegen muss. Krass. Krass, das ist relax. Ich wollte meinen Bautz weggebautzt hat, ey. Voll und gut. Blablabla. Oh, Bautz. Ne, warte mal. Äh. Ja, warte mal. Was ist das? Oh, ne, noch ein Scheiß. Ne, 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 ne. Oh, was ist das? Was hast du da? Keine Ahnung. Ja. Gut, dann komm, was ist das. Komm schon wieder weg. Naja, das ist ja... Oh, er schläft. Toi. Was ist das gemein? Du bist jetzt eigentlich drin, sein Grün, ne? Oh. Oh. Ähm. Ich hatte eigentlich so ein bisschen festen vor, ey. Was mach ich denn hier? Ich hab hier nur... Ja. So, obwohl es sonst so lange um einen Bautz wieder belegen. Modernis Glamour, jetzt... ordentlich. Schön. Geblüte. Oh, das brennt. Oh, das brennt. Oh, das brennt. Warum ist die Wanns denn? Oh, scheiße. Ich will wieder springen. Ich glaube, wir gerade kommen wo ich bin. Super. Jo. Ach ja, das Ding ist auch da, sehr schön. Sehr schön. Ausrollen. Nur kurz. Ja, gucken wir unseren Putzmonte an. So, jetzt aber nochmal. Wampel entwickeln. Also Level. Gehe ich mal von aus. So, Rebs dritte Form. Da brauche ich zwei. Und auch was sich entwickelt. Da gehe ich mir von aus, dass ich es bei Nacht noch muss. Deswegen bin ich hier an die Lage gegangen. Ich habe ein bisschen Nacht schlafen wollte. Das hat nicht geklappt. Also. Verhandelt jetzt ein bisschen von mich hin. Um. Um. Das zu der Wind. Guck mal, da hinten ist wieder ein Scheinhox. Ja, fällt mir hier auch eine Dame an. Oh, ich weiß, wofür war das denn jetzt? Ach, das ist Level 2. So, wie soll es denn da jetzt, wenn ich da hochgehe? Na ja, und L. Kraft. Ach, Kraftattacke. Ne, Kraft oder Tempotechne. Ach so. Ich glaube. Tempotechne. So, war das jetzt eine Rolle? Habe ich die jetzt aufgebraucht? Was ist denn eigentlich für ein Bild hier, ne? Wenn das ein Baby-Haum-Gummi-Mann landet. Ich verstehe das nicht. Warum hast du was gemacht für ein Bild? Oh, Alexa. Ähm, ähm, ähm. Schaum. Bohm-Musik. Von bis gesehen. Okay. Ähm. War, war... Ah, ne, ist vorbei. Ne, doch, hatte ich doch. Genau, hier wollte ich gucken. Tempotechnik gesehen. Einmal. Genau, das wollte ich jetzt. So. So, hier ist aber jetzt nicht die Tuse. Wo war denn hier Limaluma? So, wo ist denn hier, Lima Luma? Die Tuse, halt, ne? Uuuuhhh. Baa. Baa. Loser. Oua. I don't fish. Daube. Daube. Oh, da klitzelt er. Oh, ein Bammel. Oh, wow. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu kostet. Es war effektiv, natürlich, es war zu klein. Toll. So, da klänzt er da hinten. Da ist noch ein paar mit den Säschern. Warum ist das denn? Ja. Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Was ist das denn da? Fiddler. So, ein Visier runter und dann sehe ich das ja. Schwere Exemplare besiegt. Ich habe noch keinen Pizza besiegt. So, schwere Exemplare fangen. Also fang, fang, fang. So, wo ist denn jetzt? Oh, jetzt war das. Oh. Okay. Papa? Ja? Mach mal da nicht die Rommelwitze. Warum? Mach mal. Okay. So, wo ist denn jetzt? Lima, die Rommelwitze im Löffelstehen. Ja. So, wo es denn jetzt mal geht. So lange schießen, oder? Okay. Ja. Ja. Oh mein Gott, du komm mal mit hier rein. Oh mein Gott, du bist ja schwarz. Was? Hä? Komm mal her, hier ist es voll warm, ne? Ja, das ist warm, die läuft ja nicht. Wenn ich sage, es ist hier voll warm, jetzt kann das Spiel nicht warm werden, aber da steh'n am anderen an. Oh, jetzt hab ich... Mann, 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 was war das denn da? Als wenn mehr kommen. Level-Abstieg, da gibt's auch Level-Abstieg. So, wo ist denn jetzt? So, ich will erstmal kurz... Wie kann ich die denn sortieren? Ich hab vier Lächer voll mit Luft zum Heilen, ne? Ach, Y. So. So. Steht hier? So. Die sind über uns! Die Tuse ist. Oh, das heißt, hier kommt jetzt langsam in eine andere Region. Und hier beneficie ich jetzt wahrscheinlich wieder einen Ticken weiter. Oh, schüttel den Baum für mich. Oh Baby, schüttel den Baum. Da sind Petizis. Da sind Petizis. Ja. So, was hab' ich jetzt gesagt bei Petizis? Was hast du gesagt? Ähm, schwere Exemplare fangen und bisschen. Oh, ich hab' ein Kampon gesehen. Genau. Was stärker ist. Wow, das war... Weizen, weizen, weizen. Was? Was ist denn los? Bautzen, ne? Hier ist nicht vor einer, ne? Bist ja fast... Untermut! Alter! Flup! Level L! Entwicklung möglich! Sehr schön. Ähm, so, Bautz hat immer noch... Ich würde ja sagen, dass es volle, volle aufgeblickt ist. So, er... Wollt jetzt an Bumpel sehen, was sich entwickelt, ne? Heißt... Ne... Inos... Ähm... Großes Bammeli... Ja, mal schauen... So... Wobbel von dir... Wobbel von dir... Das ist wirklich so noch nicht... Wof! Oh, total... No, ich würde hin, leger was... Wof! Bwof! Wof! Wof! N Minister für Haus... Ich werde mal moi viel... Etwas... Oh, oh! Na, du k Po! Kraft-Technik Kraft-Technik Fisch und Kress auch Sehr schön Da ist ein Scheiner Was ist das Runde hier? Wenn du bist rot und fliegst 4 Verstanden? Attackenbeschreibung Ah Stärke 40 Alles klar Na dann mal auf da Schnell weg zu meinem Leistungssand La 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 Ponyta Ah 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 So ich find hier Ruhe mich auch nicht mehr Oder muss ich da über die Brücke Ich dachte wo der Brücke wird Ja Hi Chanty Wenn wir eben in den Haupen So Ah Ja Dann können wir eben kurz Chanty Ich halte nicht immer richtig Und Hör mal Oh 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 Nein Ich halte die Da kochst du dumm ne Ich halte die Da kochst du dumm Oh, die Kleine ist alle ab oder was? So, das ist die. Da ist sie. Oh, hätte ich jetzt noch nicht gedacht. So, was willst du jetzt von mir? Bammelin, habe ich doch schon. Oh, da ist noch eins. Das Bildschirm ist rot, okay. Achso, das habe ich bei Relaxer schon alles. Oh. Schanky machen, oder? Schank ist nicht. Schank ist so dummer, oder? Ja, aber ich kann auch so mit Dammeln klein kämpfen. Oh, wo ist denn da? Oh, das ist die Wälder. Oh, das ist die Wälder. Oh, das ist die Wälder. Tja, aber ich würde so empfangen, ne. Du bist da, du bist da! Hättet ihr den Frieden aus? Er hält wieder vor ihm. Nein! Es liegt noch da heute. Äh, Fliesbrauch. Ey! Bisschen geschnitten, oder? Hau ab jetzt, Mann! Ich bin Schockti! Alter, alle Beine! Boah, ich fack ab! So, wenn das jetzt nicht wird, dann muss ich dich platt machen. Bei mir ist der Tupen. Okay. Hallo! Hallo! Wir machen hier mit zwei Leute. Zwei Leute! Wir machen hier mit zwei Leute. Wir machen hier mit zwei Leute. Klappwerk und dann war's das eigentlich. Tricks für jeden. Besschen in den Frankenkepner-Strategie. Ah! Toll gemacht heute. Jetzt kann ich ja ganze Scheiße zurückkasper nehmen. Ich weiß nicht, ob der erste Anlieferkopf ist. Oh! Bess! Oh nein! Aua! Das ist bald doch bloß. Bin ich schnell, weil ich renne? Ich glaube nicht. Nee, komm mal da mal nicht. Nee, ich wollte nicht sprechen. Ich kann das selber. So, ich hätte jetzt damit gerechnet. Ist es irgendwie noch Dunkelbild? Ja, was denn? Kannst du für mich tun? Ja, will ich auch. Lauf, 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 lauf. Was ist denn da? Oh, ich bin schon, jubel doch. Ähm, da erstmal, nee, 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 hier, da, der. Der rollt doch ein. Ja genau. Klar. Ähm. Ähm. Na, hier, da, das. Es gibt vielleicht ein Hauschrank wie vorher. Ja. Ähm. Ich dachte, du wolltest ein Zahn, was sich schon entwickelt. Hast du irgendwas, bist du schneller? Papitrich. Papillion. Oh toll, was ist das denn für eine Frage? Papi, Papitrich, Papinessa, Papillion. Papi, das hört sich richtig scheiße an. Papinessa, Papillion. Wir werden sehen. Funkel, Honig. Funkel, Funkel, kleiner Stein. Wow. Wow. So, mal schauen, ob mein... Wammel, den schon größer ist. Oh, ne. Ich hoffe du... Ich hab nur eins. Ich hab nur eins. Ja. Ah, es ist so... Mindestens. Kann ich einfach weiter? Ja. Pech. Okay, ich kann ja einfach... Übungs... Übungsgelände? Na, was hab ich gehört? Alle kreisen ja schon wieder so weit weg. Was sind das für Übungsgelände? Da hinten war doch der Strand, ne? Cool, ich... Ah, okay. Geh ich doch jetzt auch mal hin. Anlauf doch mal. Ein bisschen müssen wir mal aus der Puste hin. Genau, da war eine Hütte. Strand des Aufbruchs. Was? Oh, toll, hier ist ja gar nichts. Oh, hier ist ja gar nichts. Oh, hier hätte ich gedacht, was hier irgendwie... Ekelige Kleinigkeit. Ist ja gar nichts. Was ist denn, warum? Oh ja, voll ungeroll. Oh ja. Ein Übungsgelenk. So, ich höre doch nicht. Ich höre doch irgendwas irgendwo. Ich höre doch irgendwas irgendwo. 2,8. Also, 80 cm. Ähm... Ne... Wo wollte ich jetzt? Keine Ahnung. So, gucken wir mal. Die sehen immer gleich anders aus. Mal gucken. Na, natürlich. So, und hier tun wir jetzt meine Pokémon herum? Oder wie? Oder muss ich die jetzt hier abgeben? Oder... Doch, da sind sie ja. Alle Handtuch hier, oder? Ach, Weide. Ach, guck mal, hier sind verschiedene Weiden. Ach so. Kann ja auch gar nur Weide. Loll. Ja, aber... Ach so, ich dachte... Ach, ja, hier sind wirklich alle. Okay. So, gut. Ähm... Also, Bammel in 0,8. Machen wir das jetzt auch. Dann kann ich meinen Wampel nochmal wieder neu leveln. Weil ich so rausgegangen bin, dass der das da entwickeln will. Oh... 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 Oder bestehende, was er sich irgendwann insbringen soll, was ich schon entwickeln kann. Aber ne... Sprich mit mir. Oh... 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 Okay... Okay... So... Warte mal. Ach ne, das mehr. Ach, das geht ja noch nicht über ihn. Ja. Nein. Oh... Ja, da war das genau. So... 3... 4... 4... 4... Plus... Übersicht... Ne... Äh... Ach so, ist die Rolle. Ach... Berichte... Ist das okay. Ähm... Bababam... 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 Okay... 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 Ah... Das geht ja schon. Ja... Dann... Oh... Oh... Yeah... Oh... So... Ja... Bumpel nochmal. Versuchen zu leveln. Ja... Hau mich doch nicht gleich wie in die Pfanne rein. Oh... Fuck... Hau... Adund... wander... Was ist das jetzt... Wann... Ja... Naa... Bist halt mitläufer... Ja... Also... Wann... Wow, so viel. Was ist denn da? Hops. Ist ja noch ein Level 2, wieso ist das denn so ein Schwachdruck-Teckel? Ich weiß hier noch gar nichts, das hat sich aber schon vorhin gegeben. So, ich zuck Dommeli runter, jetzt noch mal. Ja, ja, ja. Lagerkiste. So. Oh kurz. So, bammel den. Scheine, ob es noch nicht geht. So, da oben gibt es noch. Wow, was war das denn? So. 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 Sorry. So schön. Bitte. Belastungssend. Na, guck mal, jetzt hab ich auch. Guck mal, wumpel, das kriegst du hin. Super. Aber trotzdem. Oh wow, das war auch nicht gut. Oh, fast gut. Okay. Okay, ne? Ja, ich bin ein Scherz. Jetzt hast du eine Strategie. Ist das schon wahnsinnig? Ja. Hände nochmal aus. Ja. Das war jetzt so. Na, na, na. Ach, level 4. Ich wünsche dir uns. Ah, sicher. Und schon. Das war nicht so unhöflich. Ja? Das war nicht so unhöflich. Das war nicht so unhöflich. Das war nicht so unhöflich. Wumpel. Ach, nur noch Entwickler. Oh, sehr schön. So, Bamelein. Was haben wir hier? Mit der Tacke von der Elektro... Von Typ Elektro besägt. Große Sechsenplaggefarner. Ja, das war nicht so unhöflich. Das heißt, ein Bamelein muss ich jetzt mit Scheinungsplatten nehmen. Wenn möglich. Das ist ein Bamelein. 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 Das ist gut. Ja, das war der Punkt. Na, guck ihn mal an. So, jetzt suche ich dann wieder diese Blumen hier. Ja, das ist ja. Boah, ich bin fast 453 in der Richtung. Boah, Wasser will ja wohl lang sein. Boah. Ist das ein Galapper? Ein böses Galapper. Ach, deswegen sind sie böse, weil sie so stark sind. Was hast du denn gefunden? Vier, das geht doch nicht. Oh. Oh. Wachvolltritt da. Wachvolltritt da ist cool. So, was ist das da für eine Beere, ich möchte dich schauen. Geh mal weg. Jaja, du bist böse. Was ist das? Vitalknospen. Jetzt weg, weg, weg. Sammel, 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 super. Oh. All those things. So schön. Ist da irgendwo noch Steine zum zerkleppern? Oder hab ich das da? Da ist sie. Ja. 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 Ich glaube, wie ist das heute noch drin? Ja. 14, 13. Ach so, das bleibt. Cool. Ja. 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 Ja, ich glaube mir gerams fest. Ja. Ja. Hebell 같아. So, was willst du jetzt wieder? Auf jeden Fall. Oh, eine Handwerkskiste. Du bist ja noch. Du hast mir nichts gegeben. Ah, okay. Macht Sinn. Sehr schön. Tränke ich immer gut. Fit gleich. Sehr schön. Das macht Sinn. Das war's. Oh, das ist es. Na du? Oh was war das? Und tschüss. Was du auch? Ja. Einfach. 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 3 echt jetzt freut du? Mh Seh wohl die Decke hin Schein nochs Mh 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 So, ich glaube, unten ist alles kacke Das heißt, ich sollte mal zur Brücke Mh 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 Verkörner Über mindestens 20 Pokémon-Bahn-Berichterstatter überledigt Gefangener Pokémon, um zuerst mal gefangen Durch Überraschungsmenöver gefangen 1, nur Gefangener, 20 Ok Und das ging vorhin nicht, weil das noch irgendwie questmäßig zusammenhängt Ok Ja Ok 8 6 Wieso 8 So, hier ist jetzt Das ist jetzt schon vollständig, verstehe ich nicht 5 6 7 8 9 10 11 Und hier ist es auch vollständig Aber da fehlt ja noch Entwickler Und Guck mal hier kann ich es verstehen 1 1 2 3 Es sind 5 Häkchen Die 8 Nein Aber es ist Hä Hier habe ich auch schon, ich check das 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 4 5 4 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 D 12 14 15 15 15 16 15 Soll ich es nochmal? Ist es räumlich? Achso, wie hast du das denn, Markierer? Achso, einfach so. Okay. Soll ich es nicht mehr fühlen? Es ist nicht mehr so, dass ich es nicht mehr fühle, dass ich es nicht mehr fühle. Untertitelung. BR 2018 Oh ja! Cool! Bis 10! Aha, aha! Oh cool! Anleihen wir mal gut. Ach, hier noch für Schwerbill. Schwarzglanzstangen. Oh, Billy war sehr schön. Vitalknusper und 2-Steigen-Viertler. Modell. Oh. Oh. so na dann happy happy kutoffelmochi 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 ooo zesha ooo kutoffelmochi Mela oh jetzt haben wir aber reingehauen am nächsten Tag gib mir eine Mission oh, eine Pflicht nein 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 ach ne kutoffelmochi so gorya na toll das hätten wir auch mal wenn erledigt dann so kutoffelmochi oder so ist geben wir mal davon aus so kann ich jetzt denn sowas kutoffelmochi kutoffelmochi ach und das kostet auch so dp nochmal kutoffelmochi 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 entfoken bin immer verwirrt wohl jetzt nicht gechillt so, was willst du immer oh, selbst in uns wie mal kutoffelmochi wie und Pika Was war das denn für ein Sound? Was war das? 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. comunque war. Das ist ein Schmutz. Ja, ja. Wow. Wow, du siehst du hier? Oh. Mhm. Das ist ja so. Was ist denn das für ein Sound? Das ist doch scheiße. Oh, toll. Oh, oh. Belial, nee, Belila, Belila. Mit Handel ist Sicherheits-Trupps. Eine alte Pokémon-Kraftkunst. Ich dachte, die kennen sich jetzt irgendwie neu. Oder Krafttechnik. Das habe ich doch gerade eingesetzt. Okay. Wenn das denn klappt. Geht ja nicht überall. Ja, das weiß ich doch schon. Hab ich doch schon benutzt. Okay. Ja. Was für ein Übelscheiße. Klar. Wegweiser aktiv. So und du willst mein Pokémon jetzt Attacken bei rein. Tja, dann nehmen wir auch gleich mal. Baum ziehen. Achso. Oh. Achso. Oh. Kostet Gold, ey. Achso. Achso. Attacken Meistern. Geist uns Kies. Scheiße. Machen wir jetzt Schoko. So, erstmal. Mal. Oh. Oh. Also noch eins entwickeln. Oh. Scheiße. Oh. Hier bist du noch. Cool. Oh. 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 Komm. Und jetzt ist es Nacht. Ah, krass, das ist Nacht. Boah, scheiße, Mann. Boah, ja, nur weil du es weißt. Oh, jetzt wird es wirklich interessant. Wach. Okay. Ach, nur zu wissen. Direkt von hinten. So, da höre ich doch schon, dass das Essen nicht fertig ist. Ich schluck auf. Oh, der Hand geschenkt. Ich schluck auf. Ich schluck auf. Ich schluck auf. Oh, fuck, Mann. So, was ist denn? Internetverbindung? Wo ist die denn aus? Oh, ich kriege gar nicht zu vieles Nerv. Und was bringt das jetzt? Ich schluck auf. 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 Ich schluck das erstmal wieder. Ja, folgen wir super, sehr schön, wer einmal zugucken will weiter. Oh, doch nicht, könnt ihr ja trotzdem folgen. Und dann, keine Ahnung, nachher muss ich auch täglich aufkommen. Und vielleicht bis dahin dann. Bis dann. See ya.